Musik Den Kamera, den unser lieben Jörg Grimm aus Waldhof hat kennengelernt, bin ich der Zweite in diesem Team, Peter Janath. Wir, wie gesagt, wollen versuchen, euch Waldhof etwas näher zu bringen. Ich will hoffen, uns gelingt es. Für uns ist der erste Versuch, wir geben euch etwas Freude, Spaß, natürlich auch mit etwas mulmigem Gefühl im Bauch an die Sache heran, aber wir werden sehen, dass in zwei Tagen Filmarbeit entsteht. Bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Von der sogenannten Waldkulisse Für diese Waldkulisse haben wir in Waldhof circa 2000 Unterschriften beziehungsweise für den Erhalt der Waldkulisse circa 2000 Unterschriften gesammelt und haben damit erfolgreich dazu beigetragen, dass diese Waldkulisse erhalten bleibt und nicht etwa einer gewerblichen Nutzung zugeführt wird. Musik 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 Hier vor uns die zwei uralten Weiden, weit zu sehen, von Biber her auch schon. Musik 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 Mit dem Wohnsitz von Pader Gondenburg vor uns, Musik 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 Musik